Kennst du das Gefühl, wenn man in eine Großstadt kommt und denkt so, jetzt muss es passieren? Was denn jetzt genau? Wenn man, also zum Beispiel, über Istanbul habe ich immer so geredet. Und, also ja, wie in der Stadt, 15, 20, 22 Millionen Einwohner, da tanzt der Bär, da tobt der Papst im Kettenhemd. Und jetzt ist man irgendwie da und, das ist irgendwie, man wartet jetzt, dass der Papst im Kettenhemd tobt, finde ich. Weiß nicht, was ich meine? Und, also ja, wie in der Stadt, 15, 20, 22 Jahre alt ist. Frau, 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 Frau Ach. Untertitelung des ZDF, 2020